Du kennst das. Du wachst morgens auf und bist schwul. Zack Efren hat wieder ne Freundin. Jetzt hab ich nie wieder ne Chance mit dem zusammen zu kommen. Jeder andere würde sagen, Mensch Tommy, der war doch nicht mal schwul, stell dich nicht so an. Und mit jeder andere meine ich die richtigen Männer, also die heterosexuellen Männer. Denn heterosexuelle Männer würden niemals weinen. Okay, es sei denn, Deutschland fliegt bei der WM in der Vorrunde raus. Dann weinen sie. Aber du bist schwul. Du weinst bei traurigen Filmen. Genauso wie ich. Böre ihn zu mir. Es ist wie, den Garben wegzunehmen. Boah, geil. Nein, nur weil er einen Mafiaboss bei der Jeden tyrannisiert hat, heißt das noch lange nicht, dass es okay, dass er einfach so stürmt. Er hat bestimmt auch eine Familie, die ihn liebt und vermisst. Ja, okay. Vielleicht auch bei nicht ganz so traurigen Filmen. Aber es ist doch allseits bekannt, dass jeder Schwule anfängt zu weinen, bei jeder Kleinigkeit. Was ist denn los? Tommi, was ist denn los? Also du steigst mit deinem Freund? Ist jemand gestorben? Brauchst du Geld? Nein. Deine Mascara ist verschwiert. Wäre ich aber heterosexuell, würde die Situation ganz anders ablaufen. Hier, Lisa. Hier ist dein was. Ach du Scheiße. Warum siehst du denn so kacke aus? Ich weiß nicht genau, wie das bei heterosexuellen Männern ist. Ich war noch nie einer. Aber ich glaube, jeder heterosexuelle Mann ist total unemotional und kann keine Emotionen zeigen und ist generell total gefühlskalt. Das glaube ich. Das ist genauso ein Vorurteil, wie zu sagen, alle Schwulen sind total überemotional und fangen bei jeder Kleinigkeit an zu heulen. Ich glaube nur, dass es bei uns Schwulen so ist, dass wir keinen gesellschaftlichen Druck haben. Niemand erwartet von uns, dass wir das Alpha-Männchen spielen oder nicht nah am Wasser gebaut sind. Wir können einfach unseren Emotionen freien Lauf lassen. Eigentlich ist es ein Segen, schwul zu sein. Allerdings scheint uns Schwulen dieses Rivalenverhalten irgendwie so ein bisschen zu fehlen. Wenn ein anderer heterosexueller Mann so in dieses Territorium von dem einen kommt, dann muss man sich gleich boxen und den Kopf kürzer machen. Nee, das ist mein Mädchen. Ich mach dich fertig. Das fehlt bei den Schwulen irgendwie komplett. Ich zum Beispiel, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder in meinem Bereich bedrängt fühle, dann versuche ich das auszudiskutieren oder ich entferne mich von der Situation. Ich würde niemals das Gefühl haben, jemanden den Kopf kürzer machen zu müssen oder so. Das ist weird. Warum boxt man sich? Was männlich ist, Tommy, was männlich ist. Man darf jetzt aber nicht glauben, dass es bei den Schwulen total harmonisch abläuft, wenn die irgendwie sauer sind. Nur weil wir vielleicht einen besseren Zugang zu unseren Emotionen haben. Nein, ganz im Gegenteil. Schwule können auch richtig an die Decke gehen. Vor allem gerade, wenn sich zwei wütende Schwule treffen, dann steht die emotionale Tür sperrangelweit offen und dann kannst du richtig knallen. Wie dem auch sei, du überempfindliche Zicke. Excuse me, wie hast du mich gerade genannt? Ja, das war jetzt eher so im Allgemeinen gesprochen. Girl, du hast mich gerade überempfindliche Zicke genannt, like why? Ja, das meine ich eher so, also, schäm dich. Du lernst gleich mich und meine Boys kennen. Tja, da gibt es nur einen Ausweg aus dieser Situation. Irgendwo muss man mit seinen Emotionen ja hin. Wie hast du mich gerade genannt? Ich dachte, wir versöhnen uns gerade. Sag es nochmal, los. Überempfindliche Zicke? Tja, das soll mal einer verstehen. Aber was ich gerne verstehen würde, ist, warum heterosexuelle Gefühlsausbrüche, die seriösen Gefühle, so wahnsinnig ernst genommen werden. Ich meine, ein schwuler Wutausbruch wird niemals so ernst genommen wie ein Heterosexueller. Glaubst du nicht? Watch this. Jeff, kannst du mir eigentlich noch die Nummer von der süßen Morse von der Cafeteria geben? Entschuldigung. Dein Kaffee ist schwarz ohne Zucker. Du hast länger als fünf Minuten gebraucht vom Bäcker bis hierher. Ja. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich brauche meinen Kaffee in der Temperatur 72 Grad, das habe ich dir schon gesagt. Tommi, beruhig dich. Ich beruhig dich gleich. Doch, beruhig dich sofort hier von mir ausbauen. Tommi, hör auf. Wenn dich mal jemand so anmacht, dann bist du nur noch so klein mit Hut. Und das Ganze jetzt nochmal in schwul. Ich würde auf jeden Fall vorher nochmal in die Maske müssen, ich bin total schwitzig. Geht, Tommi, deine Mokot-Charlatte mit Skindmilk? Auf jeden Fall. Sehr gerne. Es sind schon wieder keine Glitzersträußel auf meiner Sahne. Sorry, Tommi. Sie... Keine. Ich... Hol dir einen neuen, Tommi. Sofort. Tommi, tschuldigung, Tommi. Ich laufe! Er muss gefeiert werden, Jeff. Das klingt jetzt vielleicht erstmal witzig, ist es aber nicht. Okay, es ist doch schon ziemlich witzig, weil ich es so überspitzt darstelle, aber eigentlich hat doch jeder Mensch, unabhängig von seiner Art, von seinem Aussehen, von seiner Sexualität und von seinem Dialekt, seine eigene Art und Weise damit umzugehen, wie er seine Emotionen zeigt. Wenn ich bei einem Film weine, dann nicht, weil ich schwul bin, sondern vielleicht einfach nur, weil mich dieser Film an eine, weiß nicht, schöne Kindheitserinnerung erinnert oder so. Wenn ich abends im Bett liege und weine, dann nicht, weil ich schwul bin, sondern vielleicht einfach nur, weil ich eine ehemalige Arbeitskollegin vermisse. Und wenn ich laut lache, dann nicht, weil ich schwul bin, sondern einfach, weil ich ein lebensfrober Mensch bin und irgendwas besonders witzig fand und ich bin super leicht zu begeistern und ich lache über sehr viele Sachen. Ich bin auch sehr schadenfroh zum Beispiel. Wenn ich überempfindlich reagiere, dann nicht, weil ich schwul bin, sondern vielleicht, weil mich jemand verletzt hat und ich das nicht einfach runterschlucken möchte. Und wenn du diesen Kanal hier abonnierst, dann nicht, weil er schwul ist, sondern einfach nur, weil du mir ermöglichen möchtest, noch mehr Videos für dich machen zu können. Und wenn dem so ist, schau auch noch dieses Video hier, da erzähle ich dir, wie man aktiv und passiv erkennt. Und da sieht man mich in sexy Bauch frei. Puh.